Cent für Cent. Nicht Sandwich, sondern Sandway. Die etwas anderen Perspektiven. Wer den Cent ehrt, sagt man, ist den Euro wert. Der etwas andere, Sandway. Nein, Sandwich, nein, Sandweg. Unterwegs natürlich mit dem Film bei galakom.tv. Snowtime, Sandtime, Charitytime. All the best. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Spaß. Die Perspektive zählt.